Nummer 4 Dieses Set enthält zwei Stative, vier Querstangen, drei Hintergründe in weiß, schwarz und grün, drei Clips und eine Tragetasche. Breite und Höhe sind einstellbar. Die Struktur ist aus einer Aluminiumlegierung gefertigt, die für Langlebigkeit und Stabilität sorgt. Die Fotokulisse ist einfach zu installieren und zu montieren. Geeignet für Fotografen aller Niveaus, von Amateuren bis zu Profis. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3 Professioneller Fotokulissenbausatz Das Paket enthält drei hochwertige Leinwände, einen 2 x 3 Meter großen Hintergrundständer, vier Klammern und eine praktische Tragetasche. Ein Produkt, das den Bedürfnissen des fotografischen Hintergrunds entspricht. Es gibt drei Leinwände in verschiedenen Farben. Grün, weiß und schwarz. Sie sind aus hochwertigem Musselin gefertigt. Das Dreieckdesign macht den Ständer für den Fotohintergrund stabiler und kann an ihre Bedürfnisse angepasst werden. Dieses Set ist für professionelle Fotografen, Fotografie-Enthusiasten und Anfänger geeignet. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Dieser Tapetenhalter ist in Sekundenschnelle montiert. Die grüne Leinwand ist knitterfrei. Dank des praktischen Aluminiumkoffers sehr leicht zu verstauen und zu transportieren. Der grüne Hintergrund ist groß genug, um komplette Aufnahmen zu machen. Ideal für den Einsatz bei Porträts, Videodrehs, Fotoshootings, Video-Tik-Tok, kreativen Heimproduktionen. Der Ständer hat einen massiven Aluminiumsockel. Er misst 149 cm x 188 cm und wiegt etwa 9 kg. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 1 System zur Unterstützung des Hintergrunds Das Paket enthält drei Kulissen in weiß, grün und schwarz sowie eine Tragetasche. Der Ständer besteht aus einer Aluminiumlegierung mit einer professionellen schwarzen Oberfläche. Das System ist ausziehbar, die Breite kann dank der vier Sektionen leicht angepasst werden. Die Kulissen von guter Qualität sind aus Polyester gefertigt. Dieses Stativ ist ideal für Interviews, Werbung, Videoproduktion und digitale Fotografie. Die Clips haben einen starken Halt. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.